Guten Tag! Hallo! Wie ist Ihr Name? Ich bin Helene Nissen, bin 20 Jahre alt und kam aus Hollingstedt. Mhm. Dann sagen Sie mir doch mal, wie lange machen Sie denn schon Musik, Helene? Ich mach Musik seit ich 12 bin, aber gesungen hab ich schon immer. Aber mit dem Gitarrespielen hab ich ungefähr angefangen, als ich so 10 oder 12 war, das weiß ich leider nicht mehr genau. Und meinen ersten Auftritt hatte ich mit 14. Oh, das klingt ja super! Dann hab ich die perfekte Idee für Sie! Ah. Und die wäre... Melden Sie sich doch beim ESC 2017 an! Warum eigentlich nicht? Mich kann ja nichts aufhalten. Super! Warum würden Sie sich denn dort bewerben? Also ich bewerbe mich beim ESC, weil ich's wissen will. Ah. Ich bewerbe mich aber hauptsächlich beim ESC, weil ich super gerne auftrete und super gerne singe und Gitarre spiele und auch mit meinem Bruder zusammen Musik mache. Und das einfach alles für mich ist. Ich liebe es, Lieder zu schreiben, das ist so eine Art Tagebuch oder man kann Sachen aussprechen, die man normalerweise nie ansprechen würde durch die Musik. Und das möchte ich gerne mit den Menschen teilen. Außerdem glaube ich, dass ich es schaffen könnte, Deutschland zu vertreten und ich würde mein allerbestes geben, so viel wie man nur geben kann. Ich würde auch alles dafür tun, dabei zu sein und niemand kann mich aufhalten. Und ja, das ist, also es wäre richtig cool, wenn das klappen würde. Ich würde mich riesig freuen. Deswegen hoffe ich, dass ich dabei bin. Ich freue mich auf jeden Fall und ich bin gespannt. Und vielleicht sehen wir uns hier nochmal. Das freut mich sehr. Ich wünsche Ihnen sehr viel Glück. Bis bald.